Bei einer Parallelschaltung teilt sich der Stromfluss auf in mehrere einzelne Stromkreise. Die Bauteile in den Stromkreisen, in unserem Beispiel die Leuchtdioden, sind jeweils direkt mit der Batterie verbunden. Ihre beiden Pluspole zeigen in die gleiche Richtung, nämlich zum Pluspol der Knopfzelle. Sie liegen parallel zueinander, daher der Name der Schaltung. Die Spannung bleibt mit 3 Volt gleich, jedoch addieren sich die Teilströme in beiden Stromkreisen und der Gesamtstrom steigt. Dadurch verkürzt sich auch die Lebensdauer der Batterie. Ein Vorteil ist jedoch, dass die eine LED weiterleuchtet, wenn die andere ausfallen sollte. Im Video haben wir wieder die 3 Volt Knopfzelle mit einem Knopfzellenhalter verwendet. Vertauscht man die Polarität einer der beiden Leuchtdioden, dreht man also die Beinchen um. So kann man je nach Einsetzen der Batterie in die Schaltung mal die eine und mal die andere Leuchtdioden zum Leuchten bringen. Verbindet man Bauteile in einem Stromkreis so miteinander, dass der Stromkreis in den einem Bauteil zum nächsten fließen kann, spricht man von einer Reihenschaltung. Das heißt, die Bauteile sind in Reihe geschaltet. In unserem Video seht ihr zwei Leuchtdioden, die so angeordnet sind, dass beide Pluspole in die gleiche Richtung zeigen und damit der Minuspol der ersten Diode mit dem Pluspol der zweiten Diode elektrisch leitend verbunden ist. In einer Reihenschaltung bleibt der Strom an jeder Stelle stets gleich, jedoch wird eine höhere Spannung benötigt. Das bedeutet in unserem Fall, dass eine Knopfzelle mit 3 Volt für zwei Leuchtdioden mit 2 mal 3 Volt nicht mehr ausreicht, um sie zum Leuchten zu bringen. Es werden also zwei Knopfzellen mit je 3 Volt benötigt. Wir haben im Video den Knopfzellenhalter weggelassen, um zu zeigen, wie man die Knopfzellen miteinander verbindet. Sie müssen auch in Reihe geschaltet werden. Das bedeutet auch hier, dass der Minuspol der einen Knopfzelle mit dem Pluspol der anderen Knopfzelle leitend verbunden wird. Ein Nachteil dieser Schaltung ist, dass keine Leuchtdioden mehr leuchtet, wenn einer der Leuchtdioden ausfällt.